OOOH OOOH Haa! OOOH Haa! OOH Haa! O hall ich seit ich haus in der warst nicht! In stundenlanger Sitzung, vor Lachzer und Kompi-Gedonnsteg, durch das hochwohlöbliche Nahengericht Haftbefehler lassen, gegen unseren Schulters, Patrick Rouser. Keine Zeit. Weil er es nicht schaffte, trotz selbsternannter Chef des Altschauser Impfzentrums der Narrenzunft Altschausen genügend Impfdosen zu verabreichen. Die Narrenzunft hat auch zu wenig Impfdosen bestellt. Wir haben 50 bestellt, aber natürlich, wenn man im Landkreis Ravensburg gerade mal 24 für Ravensburg selber bekommt, dann schafft es nicht einmal unsere Schuld, das uns ein paar 50 zu bringen. Das war definitiv eure Schuld, wir haben zu wenig bestellt, sonst wäre alles da. Nein, nein, machen wir es einfach so, dann trinken wir 50 Schnaps, dann räuchte es auch, okay? Das hilft auf jeden Fall auch. Also, dann nehmen Sie den Haftbefehl entgegen? Muss ja wohl. Ja, also, in dem Fall, drei Fall ist O, 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 O. Und heute sage ich, dass Sie eine Phase sind, die Sonne scheint.